Herzlich Willkommen zu Psychic Force. Sorry fürs Englisch. Wir haben hier ein Beat'em'up und zur Kritik kommen wir gleich. Ich habe gesehen, es gibt hier Germany. Was da? Ja genau, hier. Gehen wir rein. Autoguard. Sicher, sicher. An sich ein cooles Beat'em'up mit Anime-Figuren irgendwie. Und du bewegst dich in der Luft, so eigentlich wie bei Dragon Ball Z. Ah ja, okay, okay, okay. Du hast einen leichten Schlag auf Viereck. Auf Kreis hast du einen dollen Schlag. Guard, also Schützen ist auf Viereck. Bemängelt wurde, weshalb es wohl... Oh cool. Profi. Weshalb es wohl relativ belanglos ist, dass du eine Steuerung hast, wie beim Raumschiff. Habe ich jetzt bis hier noch nicht gesehen. Schau ich mal. Jetzt würdest du wahrscheinlich richtig reinhauen, ne? Oh, okay. Ja, schießen wir. Finde ich cool. Nein, jetzt kriege ich auch was ab. Geh doch runter. Dash. Ah ja, okay. Dash ist R1. Ja, weshalb das wohl ziemlich viel auf Zufallstreffen so ausgelegt ist. Optisch finde ich das ganz cool. Musik finde ich absolut störend. Ist richtig unangenehm. Genau, und wir spielen eine Playstation-Spiele an. Dadurch, falls ihr euch jetzt wundert, ey, was geht hier ab? Könnte mich auch heller machen, aber geht, glaube ich, ne? Warte, warte, mach mal, mach mal. So. Der Profi. Was? Okay. Der Stuhl quietscht immer noch. Okay, 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 komm her. Wie kann er das denn um die Ecke machen? So, komm jetzt. Ach, komm. Guard? Ich hab doch Guard gemacht. Ah, er hat da, glaube ich, auch, ähm... So, das war auch, glaube ich, geblockt. Ist eigentlich ganz lustig. Und ich komm hier leichter zurecht als bei Dragon Ball. Hör doch auf. Er hat mich, ne? Red lost. Speicher hier mal. Bei den Kriegen war. So, geblockt, glaube ich. Hab ich jetzt Schaden bekommen? Ja, okay, sieht okay aus. Hab ich das jetzt geblockt? Hör doch auf, immer wegzufliegen. Wie er einfach immer wegfliegt. Schau. Hab ich den? Ich glaube, ich hab... time over. So, sag ich, geblockt? Ja, sehr schön. Läuft, läuft. So, geblockt. Ah, nicht gut. Ah, dieses Ausweichen. Das geht mir so auf die Linusse. Wir, wir haben hier wieder ein Time Over. Hau ihn jetzt weg. Ah, komm. Aber warte mal. Haben wir, ne? Red one. Easy. Wie, ach so, noch ne Runde. Ja, super. Speicher hier mal. Warum haben sie dann Kiepig aufgezeichnet? Das hast du doch vollkommen die Umgebung. Ja, dann block doch, du. Das war jetzt eine große Attacke. Okay, lustig. Achso, mit X kannst du irgendwie aufladen. Jo, okay. Hau ihn doch einfach weg. Ah, Zeit läuft ab. Ich hab's verloren. Vielleicht krieg ich ihn jetzt nochmal. Ja, irgendwie das mit der Luft an sich ganz lustig, aber... Ich sag mal, gegen Tekken zum Beispiel keine Chance. So, nochmal K.O. gemacht, kurz bevor die Zeit abgelaufen ist. Der Deutsche hört sich ziemlich italienisch an. Hat so ein bisschen was von Mario. Obwohl, es war ein ganz schönes Klischee. Yo, 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 yo. Okay, alles klar. Fängt gut an. Kannst du dann noch nicht mehr blocken, ne? In der Aktion. Also, einen schönen Speed hast du an sich. Ist aber trotzdem langsamer, als das aussieht, finde ich. So, ausgeglichen. Oh, ich dachte, ich hab ihn jetzt. Oh, ich hab ihn. Sehr, sehr schön. Okay. Das war ne Drohung. Was zum Teufel. Komm, hauen wir jetzt weg. Ich hab doch geblockt. Yo. Ich kann aber nix mehr machen. Was sagst du so? Darf doch nicht wahr sein. Hau doch drauf, verdammt nochmal. Yo, ist ja okay. Ich krieg ihn auch gar nicht irgendwie ins Visier, ne? Ah. Der Schrei. Komm her. Wie kann denn das sein? Ich kann überhaupt nix machen. Ich kann überhaupt nix machen. Wie er einfach alles ausweicht. Ja, und Glocken geht auch nicht mehr, oder was? Oh, ich konnte ihm mal Schaden machen. Ich komm gar nicht an den Rand einfach. Einmal noch. Wie kann das denn sein, dass er dann gleich einmal ausweicht? Du hast einfach null Chance. Also, er macht ja nicht mal einen Hint, ne? Einmal noch. Ist doch mega fair einfach. Jo, okay, okay. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Wenn's gefallen hat, super, geh an Dom nach oben. Wir spielen alle Playstation 1 Spiele an. Und bis dann. Ready? Ready? Ready?